Was passiert mit uns nach dem Tod? Der Tod und das Leben danach Bewusstseinszustände Inhaltsverzeichnis Erste Einleitung Zweiter, traditionelle Ansichten über den Tod ermutigen uns nicht, darüber nachzudenken. Dritter, warum Wissen über die Vorgänge des Todes nützlich ist. Vierter, der Mensch, ein Bewusstseinsstrom. Fünfter, der Tod ist ein allmählicher Prozess. Sechste Zustände nach dem Tod gemäß der Theosophie. Siebter, wie können wir die von uns gemachten Angaben überprüfen? Literaturverzeichnis Abschnitt Erster Einführung Gegenstand dieses Artikels ist die Diskussion über den Tod und den Prozess des Sterbens. Aus theosophischen Quellen werden unschätzbare Informationen über Leben und Tod gegeben und es wird ein Mittel zur Überprüfung der gegebenen Informationen gegeben. Der rote Faden in diesem Artikel wird das Konzept des Menschen als Bewusstseinsstrom sein, der aus den spirituellen Bereichen des Lebens hervorgeht. Für eine detaillierte Diskussion dieses Konzepts verweise ich den Leser auf meine Bücher »Resonance Wisse Self« und »Die Wiederentdeckung der Transzendenz«, die ein Modell des Bewusstseinsstroms und der zusammengesetzten Konstitution eines Menschen liefern. Diese Bücher können kostenlos bei archive.org heruntergeladen werden. Sektion 2. Traditionelle Ansichten über den Tod regen uns nicht dazu an, darüber nachzudenken. In der westlichen Kultur ist der Tod weitgehend ein Tabuthema. Die meisten von uns denken nicht gern daran, dass wir eines Tages sterben werden. Viele Menschen glauben, dass wir nur einmal leben und dass es nach dem Tod entweder einen ewigen »Himmel« oder eine »Hölle« gibt oder dass es überhaupt nichts gibt. Beide Standpunkte sind eine Art einfache Lösung. Wenn wir eine feste Perspektive haben, müssen wir nicht mehr darüber nachdenken. Philosophisch gesehen ist die Vorstellung von »Himmel« und »Hölle« als statischen Zuständen etwas kindisch. Die Natur selbst zeigt, dass alles in ständiger Veränderung und Bewegung ist. Veränderung ist die Essenz des Lebens. Platon bietet in seinem »Pfido« interessante Denkanstöße. In diesem Dialog argumentiert Sokrates, dass wir das Spiel der Gegensätze überall in der Natur beobachten können, Tag und Nacht, Schlafen und Wachen, Leben und Tod und so weiter. Bezüglich der Gegensatzpaare stellt er fest, dass alles die Möglichkeit hat, in seinen entgegengesetzten Zustand überzugehen. Jedes Gegensatzpaar hat Übergangsformen, zum Beispiel haben Gut und Böse als Übergänge, besser werden und schlechter werden. Die Nacht entsteht vom Tag bis zur Dämmerung und der Tag entsteht von der Nacht bis zum Morgengrauen. Schlaf entsteht durch Wachsein und Wachwerden aus dem Schlaf. In jedem dieser Gegensatzpaare finden sich Übergangszustände bzw. Formen. Darüber hinaus kann man verstehen, dass diese Gegensätze und Übergangsformen immer ein Zustand von etwas sind und dass das Erscheinen dieses Etwas nur ein Übergang von einem Zustand in einen anderen ist. Gilt dies für alle Gegensatzpaare, stellt sich die Frage, ob Leben und Tod auch ein solches Gegensatzpaar sind. Wenn ja, dann liegt es nahe, dass es auch Übergangszustände gibt, die über Leben und Tod entscheiden. Der Tod ist sicherlich das Gegenteil von manifestiertem Leben, also suchen wir nach Übergangszuständen. Du kommst durch die Geburt ins Leben. Durch das Sterben gelangt man in den Zustand des Todseins. Du kannst nur sterben, weil du jetzt lebst. Analog dazu kann man nur dann zum Leben erwachen, weil man schon einmal tot war. Ein wirklich sehr plausibles Argument. Man muss nur die Prozesse der Natur beobachten, um endlose Zyklen zu erkennen, die immer weitergehen. Die entscheidende Frage ist, was genau treibt diese sich verändernden Zustände an? Antwort, es ist Bewusstsein. Der Mensch ist Ausdruck des Bewusstseins und insbesondere mit der Fähigkeit zum Nachdenken und Denken ausgestattet. Die Persönlichkeit Persona bedeutet Maske, ist ein vorübergehendes Vehikel, das vom inneren Kern des Menschen, dem höheren Selbst, geschaffen wurde, um sich in den äußeren Bereichen des Lebens auszudrücken. Die höheren Aspekte des Denkens, wie Intuition und Inspiration, können ebenfalls auf diesen äußeren Ebenen zum Ausdruck kommen und bieten die Möglichkeit, die Wahrheit des Prozesses der Reinkarnation zu überprüfen. Siehe auch Abschnitt 7 Sektion 3. Warum Wissen über die Vorgänge des Todes nützlich ist Die Schlussfolgerung des vorherigen Abschnitts ist, dass es an wirklichem Wissen über die Prozesse des Todes in dieser Welt mangelt. Tatsächlich verstehen wir den Sinn des Lebens selbst nicht. Dennoch können wir in einigen Religionen bestimmte Hinweise darauf finden, was passiert, wenn wir sterben, siehe Abschnitt 6. Da die alte Weisheitstradition in der Theosophie von H.P. Blavatsky besitzen wir viel wertvolles Wissen über den Tod und die damit verbundenen Prozesse. Wenn wir sagen, dass diese Informationen dieser Welt zur Verfügung stehen, bedeutet das nicht blinden Glauben. Stattdessen ermutigt die Theosophie jeden, die Prozesse der Natur und die Struktur des Universums selbst zu untersuchen. Wie das gelingen kann, wird in Abschnitt 7 und im Buch Die Wiederentdeckung der Transzendenz kurz beschrieben. Das Wissen über die Prozesse des Todes befriedigt nicht nur unsere Neugier, sondern ist auch deshalb nützlich, weil diese Art von Wissen das Leben in einen breiteren Kontext stellt. Leben und Tod sind, anders als wir sie normalerweise betrachten, zwei Phasen eines wiederkehrenden Zyklus in der Natur, der Zyklus der Manifestation des Bewusstseins auf den äußeren Ebenen des Lebens, gefolgt vom Rückzug des Bewusstseins von den Äußeren in die inneren Bereiche des Lebens und umgekehrt. Dieser Zyklus kann allgemein beschrieben werden als Geburt, äußeres Leben, Tod, inneres Leben, Reinkarnation. Wenn wir nun vom Gesichtspunkt der Reinkarnation ausgehen, stellt sich natürlich die Frage, was, wie, wer wir in unserem nächsten Leben sein werden. Unter welchen Umständen werden wir geboren? Das mögen interessante Fragen sein, und in gewisser Weise sind sie es auch, aber die wichtigste Frage ist, welchen Charakter werden wir in unserem nächsten Leben haben? Warum ist das ein so wichtiges Thema? Denn unser Charakter ist nicht nur ein entscheidender Faktor, zu welcher Familie wir uns hingezogen fühlen, sondern auch, wie unsere gesamte Lebenseinstellung aussehen wird und wie wir unser Leben leben werden. Im zweiten Kapitel meines Buches »Die Wiederentdeckung der Transzendenz« habe ich versucht, Fragen zum Charakter zu erklären und wie man ihn durch die Entwicklung höherer Fähigkeiten verfeinern kann. Der Punkt ist, dass wir jetzt entscheiden, welchen Charakter wir in unserem nächsten Leben haben werden. Notwendigerweise unterscheidet sich unser Charakter in seinen wichtigsten Aspekten in unserem nächsten Leben nicht wesentlich von dem Charakter, den wir in diesem Leben entwickelt haben. Deshalb müssen wir jetzt an uns selbst arbeiten, ein Gefühl dafür bekommen, was wir wirklich sind, tief im Inneren und etwas spirituelles Licht in unseren Charakter bringen und dies in unserem Leben zum Ausdruck bringen. Niemand sonst wird das für uns tun. Einen gesunden Charakter kann man nicht kaufen. Der einzige Weg, dies zu erreichen, ist durch selbstlosen Dienst und durch den Versuch, die tiefe Bedeutung von Leben und Tod zu verstehen. Ein wichtiger Schritt besteht darin, im Jetzt zu leben und einfach du selbst zu sein. Tun Sie dynamisch das, was wir fühlen, verstehen Sie, was zu tun ist und halten Sie durch. Erwarten Sie nicht zu viele Früchte, Belohnungen von Ihrer Arbeit. Ihr Geist wird sich in Erwartungen verfangen, eine Form der Bindung. Wenn Sie ein Gefühl dafür bekommen, wird sich Ihr Leben nach und nach in ein ganzheitliches Leben verwandeln. Sie werden sich stärker mit dem Ganzen, der geistigen Welt und der Menschheit als Ganzes verbunden fühlen. Ihre Wertschätzung für die Natur und Ihre wundersamen Werke kann deutlich zunehmen. Das Wissen über die Prozesse des Todes ist also eigentlich Wissen über die Prozesse des Lebens und wichtig für unser tägliches Leben. Je besser Sie die inneren Zustände des Lebens und des Bewusstseins verstehen und wie Sie sich auf das Alltagsleben auswirken, desto mehr wird es möglich, die hier und in meinen anderen Artikeln bereitgestellten Informationen zu überprüfen. Siehe auch Abschnitt Siebter. Sektion Vierter Mann, ein Bewusstseinsstrom, die zusammengesetzte Konstitution des Menschen In meinem neuesten Buch Die Wiederentdeckung der Transzendenz, Anhang A, finden Sie ein Diagramm, das die zusammengesetzte Konstitution des Menschen zeigt. Dies wurde von Professor G. De Porucca entworfen, um die Verbindung des Menschen mit dem Kosmos zu verdeutlichen. Dieser Teil dieses Buches wurde hier weggelassen, um den aktuellen Text zu vereinfachen. Die vielen darin verwendeten Fachbegriffe erfordern ein tieferes Studium der Arbeit von De Porucca. Siehe die Bibliografie am Ende dieses Artikels. Abschnitt Fünfter Der Tod ist ein allmählicher Prozess. Was passiert am Ende des Lebens? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst erkennen, dass wir eine gewisse Anziehungskraft auf das äußere Leben verspüren. Wir wollen unseren Teil auf der Bühne dieser Welt spielen. Der Bewusstseinsstrom manifestiert sich, weil es in diesem Strom eine bestimmte Eigenschaft gibt, die von den äußeren Bereichen des Lebens angezogen wird. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, können wir uns dessen leicht bewusst sein. Im Laufe des Lebens lässt diese Anziehungskraft etwas nach. Wir haben viele Ereignisse miterlebt und sehen überall, wo wir hinschauen, eine Wiederholung der gleichen alten Muster. Die Anziehungskraft auf die inneren Ebenen oder Zustände im Bewusstseinsstrom wird für uns stärker. Nach und nach verlieren wir das Interesse am äußeren Leben. Wir erleben Phasen der Geistesabwesenheit. Der Bewusstseinsstrom flackert sozusagen zwischen der äußeren und der inneren Ebene bzw. dem Bewusstseinszustand auf und ab. Der Wendepunkt für unsere persönliche Seele ist erreicht. Dieser Zeitraum, in dem unsere Anziehungskraft auf das äußere Leben abnimmt, dauert normalerweise Monate oder vielleicht sogar Jahre und ist natürlich von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Wenn der Körper, das äußere Fahrzeug, verschleißt, wird sie irgendwann kaputt gehen. Der Strom ist unterbrochen. Vergleichen Sie dies mit einer normalen Glühbirne. Ein ähnlicher Vorgang findet dort statt, wenn der Faden reißt, eine grobe Analogie. Der Körper wird zerfallen. Dies bringt uns zur Betrachtung der Zustände nach dem Tod. Abschnitt Sechster Zustände nach dem Tod gemäß der Theosophie Die folgenden Informationen über den Sterbeprozess werden etwas kurz gehalten. An dieser Stelle soll nur ein Überblick gegeben werden. Ich verweise den interessierten Leser auf die esoterischen Anleitungen von Dr. Gottfried de Purucca, wo man mehr Details dazu finden kann. Die letzten Stunden vor dem Hirntod werden im sogenannten Panoramablick verbracht. Dies ist ein Prozess, der einen Rückblick auf das Leben beinhaltet, das bald zu Ende geht. Diese Sichtweise ist wie ein extrem beschleunigter Film aller Ereignisse im Leben, betrachtet im Lichte der Ursachen, die hinter diesen Ereignissen stehen. Der Sterbende erlebt, wie andere seine Handlungen, Worte und so weiter erlebt haben. Der Bewusstseinszustand des Sterbenden steht unter dem Einfluss des Höheren Selbst und ist daher in der Lage, die Ursachen hinter den genannten Ereignissen zu erkennen und zu verstehen. Neben persönlichem Karma gibt es auch andere Ursachen, familiäre, Stammes, nationale und globale Ursachen. Man könnte diese Panoramavision als Lehre oder Anweisung für den Sterbenden bezeichnen. Nach dem physischen Tod einer Person tritt folgende Situation ein. Erster da ist der physische Körper, der zerfällt. Auch das Energiefeld bzw. Der Teil der Aura, der mit dem Körper verbunden ist, löst sich auf. Zweiter das persönliche Bewusstsein verbleibt vorübergehend in einer Konfiguration, die als Wunschkörper bezeichnet werden kann. Im Allgemeinen ist die menschliche Persönlichkeit von Wünschen geprägt. Dazu gehören Kräfte oder Energien, die nicht verloren gehen können. Auch für diese Energien gilt der Energieerhaltungssatz. Nach dem physischen Tod bindet die Kraft des Verlangens das menschliche Bewusstsein an diese Konfiguration. Dies endet, wenn der Verstorbene sich von irdischen Wünschen befreit hat, die ihn noch immer an diese Welt binden. Wo ist diese Konfiguration zu finden? Natürlich nicht in der grobstofflichen Welt. Es befindet sich an einem Ort, den die Katholiken Fegevor nennen. Die Griechen nannten es Hades, die alten Ägypter nannten es Amenti, die Tibeter nannten es Bardo, die Hindus kennen es als Kamaloka. Die Dauer dieses Zustandes bestimmt der Mensch durch die Art und Weise, wie er nun sein Leben lebt. Wenn man ein spirituelles Leben führt und der Gemeinschaft dient, wird man einen kurzen Aufenthalt im Bardo haben. Dies kann beispielsweise zwischen einigen Tagen und einigen Wochen variieren. Wenn sie anders leben, viel Wert auf ihren persönlichen Status legen, von egoistischen Ambitionen erfüllt sind und wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer nehmen, dann werden sie einen viel längeren Aufenthalt im Bardo haben. Wenn der Verstorbene sich von den niederen Wünschen befreit hat, tritt der zweite Tod ein. Dies impliziert die Einbeziehung höherer Bestrebungen, höherer Wünsche und edler Qualitäten in das Feld des höheren Selbst oder des spirituellen Teils unseres Wiesens. Denken Sie daran, dass das höhere Selbst der spirituelle Elternteil der Persönlichkeit ist. Dies markiert für den Verstorbenen das Ende des Bardo-Staates. Die spirituellen und intellektuellen Qualitäten und edlen Bestrebungen sind genau das, was vom Verstorbenen übrig bleibt. Manchmal werden diese Qualitäten und Energien das spirituelle Aroma genannt und das ist es, was in einen neuen Bewusstseinszustand eintritt. Dies ist ein erhabener, traumhafter Zustand der spirituellen Erfüllung aller Ideale, die der Mensch im Laufe seines Lebens gehegt hat. Dies kann auch als eine Art Belohnung für das unverdiente Leid dieser Person auf Erden angesehen werden. Dieses Leiden ist zu einem großen Teil auf die Folgen der kollektiven Handlungen und Gedanken der Menschheit zurückzuführen. Aus der Sicht der Persönlichkeit ist dieses Elend unverdient. Doch als Teil der Menschheit kann man der Dummheit und Gewalt dieser Welt nicht entkommen. Dazu gehören natürlich auch die eigenen Torheiten. Was von der Persönlichkeit übrig bleibt, ist nun ein Traumschlaf im Schoß des Geistes oder Höheren Selbst. Dieser Schlaf kann Jahrhunderte andauern. In seinem nächsten irdischen Leben wird der wiedergeborene Mensch mit einem verbesserten Charakter beginnen, da die Lektionen des vorherigen Lebens gelernt und in den Charakter integriert wurden. Alle alten Völker der Welt glaubten an die Realität der Reinkarnation und die Mehrheit auf dieser Welt glaubt noch immer daran. Buddhisten, Hindus, Druiden, Kelten, Briten, Galier, Platoniker, Pythagoreer und gnostische Christen sind nur einige der Menschen, die dieser Lehre anhängen. Hinzu kommen die Inka- und Maya-Zivilisationen, die alten Ägypter und die Römer. Dichter Vergil, Lucritius, Horatio, die Stoiker und die Liste ist noch unvollständig. Auch der jüdische Zohar, das berühmte kabbalistische Buch, enthält Hinweise auf die Reinkarnation. Die christliche Bibel enthält einige implizite Hinweise auf diese Lehre. Siehe das Johannes-Evangelium. Der berühmte Kirchenvater Origenes war mit dieser Lehre bestens vertraut. Eusebius war einer der Kirchenvetter, die dazu beitrugen, die Reinkarnationslehre aus dem christlichen Glauben zu eliminieren. Es versteht sich von selbst, dass die Natur mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist. Naturgesetze ändern sich nicht, weil die Menschen nicht an sie glauben. Reinkarnation ist der verlorene Faden in unserer Gesellschaft. Das Verständnis dieses Schlüssels zum Leben, zusammen mit dem Schlüssel des Karmas, könnte unsere Lebensweise grundlegend verändern. Wenn man es richtig versteht, würde es etwas Ordnung in diese chaotische Welt bringen. Eine Frage zur Reinkarnation, nämlich, warum erinnern wir uns nicht an unsere vergangenen Leben, kann hier kurz beantwortet werden. Der Punkt ist, dass wir in unserem neuen Leben ein neues Gehirn bekommen. Dieses neue Gehirn enthält nicht die Erinnerungen an das vorherige Leben. Was passiert mit dem Wunschkörper, der Konfiguration, die nach dem physischen Tod entsteht? Nach dem zweiten Tod zerfällt es auch langsam. Es hinterlässt Eindrücke, Samen, in der Astralmatrix, siehe Kapitel 2 meines Buches, die im nächsten Leben des reinkarnierenden Individuums aktiviert werden. Abschnitt 7 Wie können wir die von uns gemachten Angaben überprüfen? Eine relevante Frage ist, woher weiß man das alles? Oder woher weiß man, dass diese Informationen korrekt sind? Natürlich verfügen wir über Informationen von den großen Lehrern der Menschheit, aber das reicht nicht aus. Jeder kann den Wert und die Wahrheit dieser Lehren selbst erfahren. Denken Sie daran, wir sind der Strom des Bewusstseins. Wir können unser Bewusstseinszentrum von einem persönlichen Bereich in einen spirituellen Bereich verlagern. Wir können unseren Geist so nutzen, dass wir für das innere Lichtnamensverständnis, das Aufklärungsprinzip, transparenter werden. Professor Gottfried de Purucer gibt in seinem Werk einen wichtigen Hinweis darauf. Er sagt, Meditation hält einen Gedanken im Geist und ermöglicht es dem Bewusstsein, auf freudige und einfache Weise innerlich mit diesem Gedanken zu arbeiten. Die richtige Art zu meditieren besteht darin, einen edlen Gedanken, einen schönen Gedanken, einen nützlichen Gedanken zu schätzen und ihn so im Kopf zu behalten, dass er zu einem Vergnügen wird. Lass ihn im Kopf bleiben, der Geist brütet darüber, wie ein Huhn über seinen Eiern und Küken. Es besteht keine Notwendigkeit, den physischen oder persönlichen, psychologischen Willen einzusetzen. Das ist nicht die richtige Art, einen reinen Gedanken zu hegen und im Gedächtnis zu behalten, es dynamisch im Kopf zu halten, das ist Meditation und wenn Sie diese einfache Yoga-Regel praktizieren, wird sie nach einiger Zeit zu einer natürlichen Regel. Sie wird oft kaum merken, dass Sie denken, dieser Gedanke wird immer im Hinterkopf präsent sein und wenn Sie dies tun, ist die Konzentration zu periodisch, als dass dieser Gedanke klarer und vollständiger in Ihr Bewusstsein eindringen könnte, als dass Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit darauf richten könnten, aber mit Leichtigkeit. Professor de Puruka erklärt weiter, dass diese Art der Meditation das grundlegende Geheimnis des Yoga ist, die Einheit des Geistes mit dem unaussprechlichen Frieden, der Weisheit und der Liebe des Gottes im Inneren. Das ist ein sehr wertvoller Rat. Natürlich sollten wir Brüderlichkeit, Schwesternschaft, praktizieren und versuchen, zumindest einen kleinen Teil unserer höchsten Ideale zu verwirklichen. Das wird die Eigenschaften unseres Bewusstseins verändern. Bei der Bruderschaft, Schwesternschaft geht es nicht so sehr darum, nett zueinander zu sein. Es geht vielmehr darum, die Einzigartigkeit des Anderen zu respektieren und zu versuchen, etwas voneinander zu lernen. Wir können etwas vom Anderen lernen, wenn wir versuchen, uns mit der Essenz des Anderen zu identifizieren und dabei unsere Fähigkeit zur Empathie, ein Aspekt der Fähigkeit des Verstehens, zu nutzen. Unsere Beziehungen zu anderen Menschen sind also stark daran beteiligt. Obwohl spirituelle Wachstumsprozesse manchmal schmerzhaft sein können, teilweise aufgrund des enormen Widerstands, auf den wir in uns selbst und anderen stoßen, ist es auch schön. Wir werden in unseren Beziehungen zu Anderen mehr Tiefe, Wärme, Menschlichkeit, weniger Automatismus und so weiter erfahren. Natürlich haben wir manchmal innere Kämpfe und wer weiß, auch äußere Kämpfe. Alle wertvollen Dinge müssen erobert werden. Endlich! Bei esoterischen Lehren ist stets eine kritische Prüfung und Überprüfung notwendig. Ich persönlich würde niemals die Lehren anderer akzeptieren, ohne meine beste philosophische Forschung und mein bestes Urteilsvermögen anzuwenden und ohne diese Lehren in meinem eigenen Leben zu testen. Dies bedeutet, dass man sich mit der eigenen zusammengesetzten Konstitution und ihrem Verhältnis zur Natur, zur Welt und zum Kosmos vertraut macht. Die Weisheitstradition gibt Anweisungen für den spirituellen Weg. Es liegt an ihnen, ihre Reise auf dem Weg zu beginnen, einem Weg, der durch das Motiv des Suchenden definiert und geprägt ist. auf dem Weg es quasi Snap aus der rubbish oder einfach das òn よ swiss